Mein lieber Schwan, da staunten die Badegäste am Baggersee im bayerischen Königsbrunnen aber nicht schlecht. Macht sich doch das liebe Federvieh an ihren Sachen zu schaffen. Vater Schwan zerrt frech an einem Rucksack rum, Mutter Schwan rupft keck an einer Decke. Dabei zeigen sich die gefiederten Rüpel völlig unbeeindruckt von ihren zahlreichen menschlichen Beobachtern. Eine Frau traut sich schließlich den Schwän in ihrer Handtasche zu entreißen. Für diesen schwantastischen Clip hat sich Bild-Video-Reporter Martin Petzold 100 Euro Honorar verdient.